Hallo, hallo Leute und willkommen zu den Tipps von Pegasus von dieser Woche. Ja, ich habe nicht ganz so viel, was ich euch zeigen kann in der aktuellen Zeit in dieser Woche hier, weil es einfach nicht ganz so viel gibt, was sich mir jetzt gezeigt hat, was man jetzt wirklich kaufen oder verkaufen sollte. Und ich habe euch letzte Woche schon recht viel gezeigt, von daher sind meine Ressourcen momentan ein bisschen erschöpft, aber ich habe euch drei Karten, die ihr fürs kommende Wochenende für eure Locals definitiv im Auge behalten solltet. Kommen wir mal zuerst zu den Karten, die ihr kaufen solltet. Da gibt es eine, auf die würde ich selbst großes Augenmerk legen, die solltet ihr euch aktuell zulegen, wenn ihr sie nicht schon habt. Und zwar die hier, Ultimate Trainer. Es ist eine recht gute Karte aus Number Hunters, es ist eine Secret Rare, geht ungefähr 2 Euro momentan. Ist schon recht stark gestiegen, die war mal auf etwa 60 Cent. Wieso ist die Karte gut? Naja, ihr könnt sie gegen Burning Abyss beispielsweise spielen. Beispielsweise wenn ihr selber Burning Abyss spielt oder auch sonst eine sehr gute Karte. Speziell gut ist aber, wie gesagt, die Burning Abyss Mirror Match. Sie ist unbetroffen von zielenden Karteneffekten, was schon mal sehr, sehr gut ist. Und sie hat 3.800 Punkte im Angriff. So, jetzt fragt ihr euch, wie kriege ich ein Stufe 9 Monster raus? Naja, eigentlich nicht so schwierig. Ihr schnappt euch am allereinfachsten, jetzt müssen wir kurz schauen, hier meine Notizen, genau. Euren eigenen Dante schnappt ihr euch und die gegnerische Beatrice mit Xyz Universe. Da kriegt ihr ihn relativ leicht raus und habt ein gutes Monster. Übrigens Xyz Universe ist auch eine Karte, die momentan sehr gut steigt. Würde ich aber nicht kaufen im Moment, weil sie einfach schon recht stark gestiegen ist. Also wenn ihr sie habt, ihr könnt sie gut verkaufen, ihr könnt sie aber auch behalten. Ich werde auf die jetzt nicht weiter eingehen. Ist aber eine sehr gute Karte. Also wenn man einen Haufen davon hat, verkaufen sicherlich nicht schlecht. Ich würde aber nicht ausschließen, dass es noch weiter steigt. Darum habe ich sie jetzt hier in der Folge mal unerwengt gelassen. Ich sehe Ultimate Trainer so ungefähr bei 5 Euro. Wenn man ihn dann mal wirklich entdeckt hat und Burning Abyss wirklich das Deck bleibt, dass es zu schlagen gibt. Das sind momentan Cosmo und Burning Abyss. Von daher, ich würde die Karte mir definitiv zulegen. Ich habe selbst ein kleines Ördnerchen damit angefangen zu füllen und hoffe natürlich, dass sie hoch geht. Wir werden es dann sehen. Ich halte es aber für einen guten Anwärter. Naja, das war es eigentlich schon von den Karten, die ihr kaufen solltet. Bei den Karten, die ihr verkaufen könnt, habe ich euch zwei, die momentan unglaublich im Preis gestiegen sind. Bei der einen hat es mich fast vom Hocker gehauen, weil ich die eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und die andere ist, ja, momentan auch stark gespielt. Aber jetzt nichts, was man auf lange Sicht behalten sollte. Schauen wir es uns mal kurz an. Karte Nummer 1, Brilliante Fusion. Eine Karte aus Clash of Rebellion wird momentan recht stark im Monarchendeck gespielt mit der Seraphonite. Und ist momentan recht hoch. Also ihr seht, 10 Euro, das ist schon relativ wenig, die wirklichen, äh, gut, äh, in gutem Zustand. Die Karte in Deutsch, First Edition, da seid ihr schon fast bei 15 Euro. Also die 10 sind recht tief angesetzt, wenn ihr euch auch mit italienischen oder französischen Karten anfreunden könnt. Von daher, äh, eine Karte, die ich jetzt loswerden würde, weil, wie gesagt, sie wird im Monarchendeck gespielt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Monarchen auf der nächsten Bandit List definitiv eins auf die Nase kriegen. Äh, Brilliante Fusion ist halt so eine Sache. Wenn Monarchen weiterhin gespielt werden und sich dann dieses, ähm, Build hier als, ja, spielbar erweist, wenn es wirklich mal was gewinnt, wird sie weiter steigen. Wenn es aber so weiter geht wie bisher und die Brilliante Fusion jetzt nicht unbedingt, äh, Turniere gewinnt, wird sie eher wieder nach unten fallen. Denn nach wie vor die Decks, die Turniere gewinnen, die wirklich momentan das Meta definieren, das sind Draco Pals, Cosmo und Burning Abyss. Und natürlich die Phantom Knights. Ähm, von daher, wenn ich die Karte hätte, ich habe sie leider nicht, würde ich die über kurz oder lang versuchen loszuwerden. Und ihr könnt auch noch ein, zwei Wochen warten. Vielleicht klettert sie noch ein bisschen höher. Äh, wenn ihr sie für, ja, 10, 15 Euro verkaufen könnt, würde ich das tun, sofern ihr nicht selbst Monarchen spielt. Ähm, denn wie gesagt, wenn die Monarchen eins aufs Dach bekommen, wird die Karte hier auch nicht mehr wirklich groß gespielt werden und deshalb recht stark im Preis fallen, denke ich mir. Die zweite Karte, und das ist die, die mich wirklich unglaublich überrascht hat, äh, Turbo Teleporter oder Overdrive Teleporter. Eine Karte aus Crossroads of Chaos, sehr alt. Äh, eine Secret Rare, geht momentan 15 Euro. Ähm, ich wusste vorhin, dass es die Karte gab, aber ich habe nie gesehen, dass jemand gespielt hat. Wieso spielt man sie? Naja, ihr könnt sie zwar nicht als Spezialbeschreibung beschwören, aber ihr könnt sie natürlich ganz normal tributieren. Es ist eine Stufe 6 Monster und perfekt für die Monarchen, weil es euch viele Combo-Plays ermöglicht. Ähm, das Ganze setzt dann voraus, dass ihr ein Extra-Deck spielt. Ähm, also ein Monarchen-Deck ohne die Spielfeld-Zauberkarte quasi. Und, ja, es gibt coole Kombos damit. Ihr könnt sie tributieren, ähm, mit ihm beispielsweise eine Beatrice, dann beschwören und ein Pantheismus in den Friedhof schmeißen. Ihr könnt Edea mit Brilliant Fusion, ähm, in den Grave schmeißen, um, äh, diverse coole Dinge zu tun. Und natürlich auch den Effekt hier zu nutzen. Indem ihr 2000 Punkte zahlt, könnt ihr zwei Stufe 3 Psy-Monster von eurem Deck specialen. Ja. Was sind Psy-Monster? Psy-Monster sind die Quantums, die Super-Quantals. Ähm, ich halte von der Karte aber nicht wirklich viel, denn das Extra-Deck in einem Monarchen-Deck ist so eine Sache. Wenn ihr ein Mirror-Match spielt und der Gegner spielt mit der Spielfeld-Zauberkarte, macht das eure Strategie ziemlich schnell zur Sau. Ähm, von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass die Karte hier dem Monarchen einen riesen Vorteil verschafft. Es ist so ein typischer Hype. Jemand hat die Karte gespielt, es kam auch relativ hoch im Turnier raus dann, es war eben Regional. Ähm, hat auch relativ gut abgeschnitten, das ist gar nicht die Frage. Aber, äh, Leute sehen das dann, wollen das Deck nachbauen, sagen, ja, das ist die neue Oper-Karte und, äh, der Preis schießt hoch. Ich würde mich da von diesem Heimlich anstecken lassen, wenn ihr die Karte habt, verkauft sie jetzt, solange sie hoch ist. Sie wird es definitiv nicht bleiben. Ähm, ja, das zu den Karten, die ihr loswerden solltet. Wenn ihr noch Karten habt, die ihr denkt, wird ein Preis steigen oder sinken oder irgendwas wird sich da tun, ähm, schreibt es in die Kommis rein. Ich fühle mich freuen, das zu lesen. Und, äh, ja, vielleicht habt ihr ja noch was auf dem Radar, was ich jetzt vergessen habe. Das ist ja sehr gut möglich. Ähm, das war's schon von diesem Video. Vielen Dank für sein Schalten. Und vergesst nicht, einen Kommentar dazulassen mit euren Favoritenkarten zum Ein- und Verkaufen. Nicht vergessen, einen Daumen dazulassen, das wäre auch super. Und lasst auch ein Abo da. Wenn ihr das nicht sowieso schon getan habt, dann verpasst ihr nicht die nächsten Videos, Livestreams und was es sonst noch alles gibt auf diesem Kanal. Das war's von mir für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss.